Willkommen zum neuesten Artishot über einen fantastischen Film, das sage ich gleich vorweg. Der heißt Mit 20 wirst du sterben von Amjad Abu Alala, einem nicht im Sudan geborenen Regisseur, der aber im Sudan gedreht hat. Seine Eltern kommen aus dem Sudan und der in Venedig 2019, so langsam mal in die Mühlen mit dem Veröffentlichen eines Films im Kino, in Venedig schon gezeigt wurde und da als bester Debütfilm ausgezeichnet wurde. Ja und der Film wurde 2019 gedreht, also das muss man historisch vielleicht dazu sagen, das Jahr, in dem eine 30-jährige Diktatur endete, die von Umar al-Baschir, also der hat so derartigen Ruhm gebracht, dass er sogar in dem ganz legendären Tyrannenquartett, also kennst du diese Quartetts? Das sind ganz tolle Quartetts, wo es schon in vier Folgen gibt. Achso, Spiele. Ja, Spiele, ein Quartett, wo die bösesten Tyrannen, die am meisten Menschen umgebracht haben, am meisten gewütet haben, am meisten Kohle veruntreut haben und der tauchte auch schon in der ersten Auflage auf. Also das zeigt nur, unter was dieses Land 30 Jahre gelitten hat, wenn man weiß, es ist Teil des Tyrannenquartetts. Er war ein Tyrannen und hat die Sache so richtig in den Sand gefahren, das heißt also muslimischer Staat, Filme wurden verboten, Kino überhaupt, also die ganze Kacke, die da so am Laufen sein kann. Ja, und nun kommt dieser junge Regisseur und macht einen Film. Mit 20 wirst du sterben. Tja, und es ist der erste Film im Sudan seit über 20 Jahren, sagt er. Und wahrscheinlich erst der siebte oder achte überhaupt aus dem Land. Nein, es gab eine florierende Industrie. Wir erfahren ja auch in diesem Film, da taucht ja ein Kameramann auf, der dem jungen Helden in diesem Film immer so Teile des alten Sudans zeigt. Und das sind Teile eines Dokumentarfilms, der Khartoum hieß, von Jadala Yubara. Das ist ein relativ bekannter Filmemacher, der Film gemacht hat und der natürlich diesen Sudan zeigt, zu einer Zeit vor Bashir, wie er zum Zeitpunkt des Films nicht mehr ist. Also das ist dieser Sulaiman. Genau, das ist der Sulaiman, genau, das ist der Kameramann. Aber genau, fangen wir ja sozusagen, das war nur als Einleitung gedacht, um halt diese, wer ist das eigentlich, dieser Satz, der mit 20 sterben soll. Ja, das ist eigentlich eine sehr schöne Öffnungsszene, kann man ruhig sagen. Eine tote Kuh in der Wüste, hinten zieht ein Umzug vorbei. Es sind der Wische von der Sufi-Sekte, sagen die Muhammedaner oder die Muslime. Die Sufis sind eine Sekte für sie. Eine Mutter mit einem Kind will das im Scheich bringen und der Scheich soll halt ein gutes Wort fürs Leben, für dieses Kind. Musalil, glaube ich, heißt er. Musamil, glaube ich, ja, genau. Heißt er. Und da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob ich das richtig gesehen habe. Von mir aus passiert dann eine Fehlleistung des Scheichs. Während die beim Scheich ist, tanzen da hinten die der Wische ganz wild und einer ist voll in Trance. 18, 19, 20, zack, saust er zu Boden tot. Und in dem Moment will der Scheich den Spruch sagen und sagt... Um das Kind zu segnen. Genau, zu segnen. Und also für mich eine totale Fehlleistung, gezielt inszeniert vom Regisseur, und sagt, der Junge sowieso wird mit 20 sterben. Ich weiß, habe ich das so richtig gesehen? Ja, ja, es wird halt, ich meine, in diesem Sufi-Glauben wird halt einfach werden Ereignisse, wie dieses bei 20 in Trance fallen, einfach, da bist du in so einem Zustand auch als Scheich, in diesem Fall der Scheich, in dem du das interpretieren musst. Und er interpretiert es auf das Kind und sagt, okay, dieses Kind, ich meine toll... Ach so, das ist nicht eine Fehlleistung. Das ist wirklich Teil, da wird es in diesem Fall, in diesem Fall muss er was mit dieser 20 machen, also was bleibt ihm übrig, als dieses Kind zu nehmen und ihm sagen, du wirst toll leben, aber mit 20 sterben. Und davon handelt dann dieser Film von diesen 20 Jahren, in dem dieses Kind groß wird und die ganze Familie darunter leidet, der Vater in die Diaspora geht, um Geld zu verdienen, weil er auch die familiären Zustände... Und weil er es auch nicht aushält, mit so einem Kind zu leben, was von allem gemobbt wird, was mit Asche eingerieben wird und in Kiste gelegt und die Mutter sagt, ach, was brauchst du lernen, du brauchst nichts lernen, du stirbst ja so früh. Ja, ja. Also, es ist ein Vorfeld, es wird... Er zeigt eigentlich, wie einfältig die Leute sind und auf so ein Wort... Ja, und genau, das ist das Hochpolitische, dieses Film. Man fragt sich, der Film ist 2019 gedreht worden und zuerst dachte ich, es sind ja tolle Cinematografie, großartige Aufnahmen, Perlen im Gegenlicht, der Nil wird, also das spielt 100 Kilometer südlich von Khartoum, also in diesem Nil-V, blauer und weißer Nil treiben wir aufeinander zu und in dieser Region spielt das. Und du denkst, ja, was will er uns eigentlich da Politisches erzählen? Aber umso länger man sieht, umso mehr versteht man das natürlich auch, dass der Glauben da auch mit der politischen, oppressiven Lage gleich geschaltet wird. Und es zeigt, wie die Menschen in so einem autokratischen System einfach alles machen, alles glauben, egal wie absurd es ist. Wie sich dumm bleiben. Wie sich dumm bleiben. Genau, natürlich. Und das ist die tiefe Kritik, gerade im Gegensatz zu diesem Kameramann, der natürlich noch diesen alten Sudan kennt, dieser alte Sudan, der halt ein Land war, in dem man tanzen durfte und ins Kino gehen konnte. Und das wird... Ja, apropos Kameramann, da erzählt der Regisseur in dem Interview noch ganz lustig, sein Kameramann ist ihm zwei Wochen vor Drehbeginn, weil sich alles verschoben hat, ausgefallen. Er musste irgendeinen Carsten aus Frankreich, hat ein paar Interviews, um welchen hat er genommen, der nicht ein Wort über Brennweiten und Linsen gesagt hat, sondern nur vom Film geredet hat. Und das spricht eigentlich, finde ich, sehr für den Regisseur und die finden, wer das Licht des Sudans einfängt und diese Kameramann ist allein schon ein Sehvergnügen. Ja, und auch der ganze Wahnsinn, die mussten, es gab ja kein Equipment in Khartoum, also die mussten ja alles aus Frankreich in diesem Fall... Vier Tonnen, vier Tonnen Material aus Kairo, eigentlich von Arie gesponsert, sagt der Regisseur dann immer. Da sind die Mönchner dann wieder stolz, nicht? Und, aber jetzt etwas anderes, ich hatte auf YouTube ein Gespräch gefunden zwischen zwei islamischen Intellektuellen über diesen Film. Das ist ganz lustig. Erzähl. Die monieren, also die sagen, dieser Film hat a hidden message, a hidden agenda gegen den Islam. Und da kommt natürlich genau diese Sufi-Geschichte und sagen, das ist nicht islamisch. Ist es ja auch nicht, glaube ich. Also dieses Wort, diese Weissagung für das Kind. Und die sind aber ganz irritiert, was für einen Riesenerfolg der Film überall auf der Welt hat. War ganz lustig, ja. Ja, das ist interessant. Natürlich ist das natürlich nicht das Christentum. Es wird ja aus vielen Einzelteilen entsteht ein Gesamtbild eines Glaubens, der natürlich partikulär ist wie jeder Glauben. Ja, ja, und der Film ist ja nicht anti-islamisch. Also da werden ja wunderschön Suren gelesen, wenn er in der Koranschule ist. Genau, und es wird halt auch viel vom Alltag erzählt. Und es wird natürlich, da hast du schon recht, das ist ja auch das Politische. Der Sulaiman, in dem sich ja auch der Regisseur sieht, ist so ein Outsider, der natürlich ja Frauen hat, raucht, Alkohol trinkt, Filme schaut. Und das ist natürlich sozusagen das Böse, das ist die Verführung. Das ist das, was in diesem Diktaturstaat natürlich nicht gern gesehen ist. Genau, das wird halt explizit nicht gesagt. Ich meine, diese Bilder, diese Bilder sind halt, diese Bilder der Vergangenheit zeigen halt diesen Sudan, also wie er war. Und es gibt auch, möchte ich erwähnen, einen ganz tollen Roman von Leila Abulela, das ist eine sudanesische Autorin, die heute in London lebt und die in ihrem vorletzten Roman Minaret auch genau das beschreibt. Diese letzten Jahre in diesem freien Sudan und dann dieses Umkippen in eine völlig andere Welt. Und sie ist halt gegangen, also und genauso wie dieser Kameramann ja auch gegangen ist in diesem Film. Und sie ist aber nie zurückgekehrt und hat eher in der Diaspora ihr Unglück gefunden. Und ihm geht es ja eigentlich in der Heimat auch nicht anders. Er ist ja auch nicht glücklich. Und das ist auch diese Tragik, wenn du innerhalb eines solchen Regimes groß wirst. Egal, was du tust, ob du gehst oder ob du bleibst, du findest nur ganz selten dein Glück. Und das zeigt auch dieser Film, auch dieses am Schluss, dieses Weglaufen oder Hinlaufen zu der Freiheit. Das ist etwas für mich, weil er den Wagen ja nie erreicht, im Grunde genommen hat etwas Verzweifeltes und auch, es ist Hoffnung dabei, aber es ist auch, hat etwas. Es ist ja auch, der ist ja multifach geförderter Film von x Ländern. Und es ist aber nicht, es ist ja oft dann machen Filmemacher in so unterentwickelten Ländern, wie man sagt, machen dann so Filme eben für die Westler. Aber ich habe den Eindruck, wo man eben die Armut sieht und das Elend und die Tiere und alles. Und das habe ich aber den Eindruck, ist hier nicht der Fall, weil der Regisseur, der ist zwar in Dubai aufgewachsen, aber in der Zeit seines geistigen Erwachsens. Vereinigte aber schon, Emirate, VAR. Oder wo irgendwo, also für mich ist das weit, weit weg alles. Aber da ist er hier in der Gegend, wo er auch gedreht hat, fünf, sechs Jahre hat er gelebt, da hat er auch das Kino kennengelernt. Also insofern ist es ein sehr persönlicher Film, also auch das mit der Kuh erzählt er, also die mussten nicht irgendwo eine Kuh töten und hinlegen zum Fotografieren. Er hat gesagt, du geh mal hin, da liegen genügend rum und so war es auch. So war es auch, ja. Das finde ich, das wirkt sehr authentisch und greifbar. Und dann mit dieser großartigen Kameraarbeit, die das fast manchmal in so eine Trance-artige Bildsprache verwandelt. Das ist stark, also auch bei aller Wortkarkheit, das Bild spricht dann fast mehr. Also nicht in irgendeiner Entwicklungshilfe. Absolut nicht, absolut nicht. Und auch moralisch, das nimmt er sich zurück. Er erzählt über subtile Mittel im Grunde genommen, das politische Narrativ aus, ohne dass man das Gefühl hat, das wird mir jetzt aufgedrängt. Sondern einfach sehr fein, sehr... Er hat auch super die Schauspieler rausgewählt, also Profis wie den Sulaiman oder die Mutter und die Laien, die anderen. Und da merkst du überhaupt keine Unterschiede. Finde ich auch so. Das ist ein absolutes... Superb. Ich sag mal, Kulukoyes oder auf Arabisch... Oder auf Arabisch Tamam. Tamam. Ich sag mal, Kulukoyes oder auf Arabisch Tamam.